So, wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich hoffe, der Stream ist on. Dauert ein bisschen, bis sie wieder mal aktualisiert ist. Hallo und wunderschönen guten Abend. Jetzt sind wir on. Hat wohl ein bisschen Zeit verzögert. Heute Black for Bloods in der Runde. War wieder Zeit. Ich war eine Zeit lang ein bisschen up-to-date. Hatte viel zu tun. Aber jetzt sind wir wieder on. Hi Teddy, wunderschönen guten Abend. Du kriegst auch noch mal ein extra. Ja, machen wir mal so eine Einzelrunde und ab geht's dafür. Wo ging's raus? Wo waren wir denn? Ich hörte, wo ging's raus? Ah, ging's da? Nee. Da war ich. Kann ich mich jetzt verlaufen? Lange ist es her. Die Türen waren es nicht. Ah, da. Auf geht's. Wie ist ihr seid? Hallo Kumpel, Leute. Wunderschönen guten Abend. Oh. Nix. Oh, nix. Bisschen Kumpel. Lange! Wir müssen nach oben. Wir müssen uns einen Überblick verschaffen, welchen Ärger wir uns einbringen. Oh, nix. Das ist ein stinkt. Ha, zieh den. Oh, nix. Schuss. Schuss. Okay. was ist das Okay. Okay. und wie läuft der stream wenn mal jemand wer eine antwort drauf gibt was haben wir denn da kann ich die nehmen die abwechslung das hier in der visier naja ok gut für mich könnte hilfreich sein wir müssen hier verschwinden schaden kann man kann so irgendwo ging es weiter meine hunde könnten das schnüffeln kann sich mal die kumpel drum kümmern danke wieder ein schönes gemetzel ja genau drehen wir am rad ich drehe immer am rad schnüffel schnüffel blick hast du recht Wohin? Wohin? Wohin ist jemand wieder da drin? Okay... Hi Baby, come! Come to Papa! Tür auf! Wo sind die Kollegen? Die Kollegen sind da. Brauche ich. Ja, immer. Plan sollte auch gut sein. Die Mitwirkenden sind heute Butts! Vorsicht, ein falscher Schritt und es ist aus. Hier apareck! Seht Ihr das? Tut nicht weh. Danke, Carly. Bill, lass Dich von mir verarzten! Weck mich! Danke. Alter, jetzt wird's hier unnötig langsam. Cool, oh, wir sehen aus wie die Schweine, können wir weiter? Okay, wir können weiter. Dicke. Scheiße, wie fett hab ich? Fuck. 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 Okay. Gepackt. Oh, Doppelwummer, ich krieg zu viel. Kann mal einer kommen? Dankeschön. Warte mal, wunderschönen guten Abend. Ja, hat gepasst, Dankeschön. Danke. Ist angekommen. So, sieht gut aus, ne? Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich bin eine Weile gefahren, aber auch gut verdient. Mom, Mrs. Tut, hör auf diese Küken zu bemuttern und denk auch mal an dich. Hey, bleib schnell, oder? Na, noch nicht in ihr Tütchen. Okay. Okay. Danke. Hier, Muni. Lade nach! Ah, brauche ich. Wir sind auch gut. Jim, ich weiß nicht, dass ich mal so unter den Körper habe. Aber niemand will ihn von innen sehen. So, ab. Safe aus. Mann, das muss echt wehtun. Nicht die Scheiß-Tür, weil sie sie reinlassen. Mach dicht. Pilo, play on my... Guten Abend zu dir. Das ist die Musik, die ich liebe, wenn man durchgezogen hat. Und nur dreimal gestorben. Ich hoffe, der Stream läuft gut. Trotz unserer miese, peterigen Leitung. Immer noch Stress. Mit dem Dienstanbieter. Heute mal auf Kakao. So, ich hoffe, mein Sound ist. Ich gehe hier ein bisschen ins Rote. Wir werden das mal ein bisschen runterdrehen, damit wir uns hier nicht übersteuern. Und dann geht es jetzt gleich fröhlich weiter. Tunnel des Blutes. Die Vögel-Ergebnis? Okay. So, was kriegen wir noch an der Kiste? Das war's schon, Schätzchen. Danke. Ist jetzt der Zeitpunkt, ein paar Probleme anzusprechen? Wie den Typen, der in der Ecke in seiner eigenen Pisse kauert? Ich hab euch nicht da eingeladen. Vermeschen geht. Die Tür ist doch eindeutig. Ihr kauft was. Nehmt schon, was ihr braucht und haut ab. Äh, Pick-up-Gun. Gut, aber halt. Wir wollen leider nicht benutzen. Wollen wir sehen, ob das was bringt. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Ich werden noch ein bisschen ruhig lösen. Ich hätte mir vielleicht doch eine Knarre mit dem größeren Mercedes-Benz. Okay, gut runterlacht. Acht Meter, aber... Sechs Meter. Ja, schmeckt nicht schlecht. Wir waren heute bei Aldi und da gab es mal wieder den leckeren Kakao aus dem Kühlregal. Und den trinkt mein Sohn eigentlich auch ganz gern. Hier ist necks. Aber die Knarre war scheiße, die ich mir ausgesucht habe. Das fühlt sich seltsam an. Ah, gut. Eine kleine Stellung. Scheiße. Sie ist auf die Schlossstelle! Jim, sie wär's wenn du siehst. Okay. Tim ist gefallen! Frau, ich will nicht wegen deiner schlechten Entscheidungen sterben, okay? Ich bin hier gestorben. Hör mal los. Sie ist da voll in der Scheiße, Ecke! Ja, mach! Jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Sehr dankbar. Guck! Ich komm da nicht raus aus, denke ich. Hier. Hilfe! Danke dir. Bitte ruhig, doch ist das nur noch schlimmer. Ist verflucht, halt. Oder kleine Dreckstelle einfach. Ja! Ey, wir drücken! Äh, mit den Kanalpunkten, da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. fragt da musst du mal herrn 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 massenheit frei der weiß dass das war jetzt ein verlierer nach der gebündelung das habe ich auch noch nicht so ganz geschickt aber ich werde mal nachlesen was da was man damit machen kann dann sage ich dir bescheid kann ich nicht kann ich nicht da hinten nicht so rum kleiner die raus und kämpfe weiter geht und nachladen irgendwas stimmt ich steh bleib, baby also, ich verkiss mich da, das könnte scheißspielen das geht übel aus müssen wir gehen das muss die sind die Fuck. Was ist nicht gut? Ah, Puff! Ey, da verpasst mir da wirklich welche. Was ist das? Zurück! Nicht mich! Lade nach! Hey, hält mir hoch! Warte, lass dir helfen. Danke. Weg da. Weg, 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 weg. Nur ein Moment. Ach, zieh nicht so, so fach ist. Warte, käme dir! Ach, vielen Dank. Immer muss er mit Marken. Geht ab! Sein Erschluss! Ich bin Machen! Na endlich! Alter Schwede! Oh, das sind Zielscheiben? Oh, wo kommt ein Baby? Boom, boom, komm weg. Geht's auch noch ein? So, jetzt im Abschluss geht's noch ein. Das brauche ich nicht! Das brauche ich nicht! Das brauche ich nicht! Ich weiß nicht mehr, was das ist. 9 Meter gab's hier an Munition. Ja, Vorsitzender. E aufheben kann ich. Ach, ich kann nicht schaden. Aber wie gesagt, ich guck mal, wie man das mit den Kanalpünken einlöst oder was man damit anstellen kann. Okay. Mit dir kann ich nicht? Oh, Mann! Sehr, ich hab noch ein Blatt damit. Einen Neben finden! Einen mit, Rudi! Ich sagst du, du machst K эger! Du medizinst dafür! ich muss ja dann von der anderen seite intelligenter weise ist der weg das glatt da drüben das hier das ist mein dankbares gesicht verschwende ich mein zeug an andere kann besser was ist das denn knallfrische ist nicht okay ob schon immer noch hier was war durch die türen noch einer fahrer und noch einer fahrer gehen und nachlade das jemand ich lasse es hier also das bisschen zu cd spielen hat doch ein bisschen gewirkt wo mussten wir denn hier lang achte ich die tür ok und ich dachte mich schockt nichts wir können noch alles breitreden und analysieren wenn wir wieder in fort hope sind angesichts der ereignisse besser früher als später sein wir sind wir sind so reicheln wir sind das ich die 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 und lassen von mir verarzt ja frage rechts Danke. Danke. Weiter geht's. Na, stirbt schon. Okay. Der drüben! Gut, sauber. Das hört sich nicht gut an. Seht ihr das? Taser! Kling nicht. Oh oh. Ich bin fertig. Zack! Kommt ein Tor noch! Tim! Wir fliegen aus dem Hirsch! Weck mich! Na, na! Der drüben! Ah, Gott sei Dank. Das ging ja normal. Boah, der nächste Kacka. Ja. Weißt du, den Arm zu treffen ist jetzt nicht so einfach. Da ist einfach einer. Oh nein! Nein, nicht nur! Woah, ich sehe das jetzt. Ja, jetzt hörst du mir also zu. Oh ja! Wer? Na, du na. Na, du weg, komm! Na, du weg, auf. Na, du weg, oder? Na, du weg! Ach, du weg! Ja, du weg! Das kleine Scheißer. Durchlauffähig zu sagen, okay. Der war jetzt uncool. Das ist traurig. Masa, ich brauche Kakao. Millionärtitel. Zum freischalten. Zum freischalten. Zum freischalten. Zum freischalten. Machen wir noch eine Runde? Ente mit Knabber? Machen wir noch. So, dann holen wir uns noch mal einen ab. Oh, da juckt mir doch das Uhr heute. Ja, Durchlauf gescheitert, wie man gesehen hat. Naja, aber das macht ja nichts. Was sind eigentlich Tutorials spielen? Machen wir noch mal. Okay. Okay. Lange nicht gesehen. Aber wiedererkannt. Wieso auch nicht? Ich habe keine Geschenke mehr, Ren. Wenn du Vorräte willst, musst du deine Differenzen mit Philips überwinden. Hey, ich spiele nicht mehr Soldat für ihn. Solltet ihr auch nicht. Komm schon, Chris. Jetzt sag bloß, dass du diesen Scheiß noch glaubst. Gerade nachdem, was mit Jason passiert ist. Lass meinen Sohn da raus. Hör zu, du weißt, wie ich über Philips denke. Aber in einer Sache hat er vollkommen recht. Wir befinden uns im Krieg. Der General hängt doch bloß besseren Zeiten nach. Ich brauche keinen Anführer. Und ich will auch keinen. Okay, versteh schon. Nein, tust du nicht. Hör zu, wir überleben hier. Fang neu an. Überleben ist aber nicht genug. Wir müssen kämpfen. Nein, wir müssen überhaupt nichts tun. Wann habt ihr zuletzt eine Horde Infizierte gesehen? Gleich. Wir haben eine kleine Einleitung, was uns erwartet. Und jetzt geht's ab. Das war die Einleitung, ne? Wieder auf Erstehung. Wem nehmen wir denn mal? Der ist tot, ne? Nehmen wir Mr. Angelo. Okay. Was haben wir denn in der Kiste? Was haben wir denn in der Kiste? Ja. Das kann nicht schaden. Pickup Gun. Ja. Hatten wir auch schon mal. Verbannt. Bin ich bei Pleite oder noch nicht? Blendgranate. Okay. Scheiße. Was sollen wir bloß tun? Oder war ein und sonst? Oh. Können wir um ein und will positiv bleiben? Bitte. Grover 2, hier ist Hope 1. Hört ihr mich? Ja, wir hören. Ich brauche alle Cleaner im Willen. Und zwar sofort. Verstanden? Ja, Sir. Hope 1 out. Hoffen wir, dass es noch ein Zuhause für uns gibt. Äh, legt den Ausweg aus. Ihhh, das sah ja echt ekelhaft aus. Ach der hat sein Messerchen hier. Seht ihr das? Das ist hier. Das ist hier. Kupfer kann immer nicht schaden. Kiste. Munitionstasche. Was haben wir denn hier? Aber da pickern für Grab geben ist auch scheiße. Aber dann nehmen wir die mit den Tugsten. Ja. So, die Kiste haben wir auch. Da ist nichts drin. Aber irgendwie mussten wir doch da durch. Sch. Hier drüben. Wir werden jetzt endlich lernen. Sch. Sch. Oh ne. Übergrömer. Oh ne. Verdeck. Sch. 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 Warum immer ich? Ich werde nicht sterben. Lass ihn laufen. Sch. 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 so macht sie damit woanders hin kürzelfeuer drüben da kommt der next moni dort eine hunde könnten dass er schnüffeln wollen wir die achse tauschen ja keine schaden und dann gehen wir mal in die kurbel die 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 Was hast du jetzt davon? Zum Teufel herrn! Achtung, Torbon! Hammer! Man muss auch mal die anderen so arbeiten lassen. Hu-ja! So, äh... Wo soll's denn hingehen? Auch da geht's hinfremde. Ja, soll nicht anstrengend werden. Na los! Hier lang! Ich zieh mich hier hoch! Kiste! Hey, helf mir doch mal! Munitionsvorrat! Ich brauche hier Hilfe! Vorsicht! Wenn du hier fällst und dir was bricht, kann ich nicht viel tun! Das hört sich doch schon gut an! Dann mal los! Ich brauche hier Hilfe! Mooney! Hey! Braucht wer Munition? Na klar! Wo war denn? Okay! Ich brauche hier Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Du bleibst am Anstrengend! Hm! Guck mal! Ey! Das geht wieder gut da! даAN! Musst Schritt halten!!! Ich bin runtergefallen. Das ist auch nie lustig! Hey, helf mir doch mal! Da, Stehra! Wo bin ich gefunden? Das Mulch. Gerade nass! Ich schlicht mein Wälder rumhängen! Ich bin hier hoch! Bin die Mulch schon wieder weg? Shit! Bin dir was schuldig. Brauche ich ihr Hilfe! Das könnte Spaß machen! Werden da nicht diese gefräßigen Dinger? Ich bin hier hoch! Hm, pardon. Brauche ich ihr Hilfe! Wer braucht wo Hilfe? Ich bin hier hoch! Fyzer! Oh! Ich bin hier hoch! 1-Level Hey, helfen wir doch mal! Ja, schon unter Wichern, Tabu, ey. Alter Mann, ich sag kein Stichstoff. Das war in Versehen, ich schwör's, in Versehen! Bleibt waschen, ausgezampft. Ja, würd ich auch mal, ey. Tollboy, bitte hier. Wurz' doch einen Eingemacht, oder? Bitte schön. Der Penner ist nur wieder zerweckt. Na, Gott sei Dank. Gibt's noch ein bisschen weniger jetzt? Okay. War das der Eiswagen? Ich hab ne Klingel gehört. Ja, was ist... Ich brauche das nicht mehr. Hey, helf mir doch mal! Ja, wo bist du denn? Ich brauche hier Hilfe! Dinger! Lade nach! Er kann anstrengen! Ich brauche hier Hilfe! wo ist er denn selber mann wo bist du denn wo ist der typ denn danke so wo ist in der entdeckteben kamera bleiben wir zusammen und ich bin da ist wenn ich jetzt wüsste wo du liegst nach da oben ist der achte was machst du denn da hinten die pfeifenkorb ja für mich auch ja ich komme hier und Oh, guck, das bleibt man nur davon. Oh, guck, das ist doch der Munition. Ah, immer diese Nachzügler. So, return you now. Braucht wer Munition? Ja, jetzt kommt mit, jetzt Abflug. Genug getötet. Bei mir nimmt das nur Platz weg. Hier, Muni. Kugeln! Kugeln! Auch so safe. Okay. 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 Ab sofort. Ja. Wollen wir sie reinlassen? Wollen wir sie reinlassen? Was denn? Lieber nicht. Mach doch einmal die Tür zu. Habt ihr Säcke vor der Tür oder was? Wo ist der Penner? Ist er wieder rausgegangen? Alle da. Oh Gott, wir lassen doch alle rein! Ja, was denkst du denn? Ja, mindestens die haben wir abgeschlossen, Leute. Ja, wenn man natürlich mit richtigen Mitspielern zockt, macht das natürlich wesentlich mehr Spaß. Aber wir werden jetzt mal gucken, ob wir da nicht ein bisschen abgeschossen sind. Immerhin 117. Zurück zum Desktop. Spiel verlassen. Ja, dann machen wir mal gucken. So muss man ein Online-Spiel mit mittleren, mit richtigen Mitspielern. Ausgebottet. Noch am Leben, hm? Wollts denn auch so bleiben? Brandkasten. Offensive. Okay. Also das mit Karten auswählen habe ich... Endlich bereit. Ich habe deine Mission. Ich kann leider noch nichts anderes auswählen. Kampagne, Crossplay. Was ist das mit so einem Dick? Was ist das mit so einem Dick? Was ist das mit so einem Dick? Anfänger. Anfänger. Wenn man hier einen Dick aufstellt, Nachladeübungen machen wir nicht. Okay, Anfänger. Ja, da gehen wir wieder am Anfang. Dreh mal raus. Und starten das gute Stück dann noch nochmal. So. Irgendwie habe ich das nicht so ganz begriffen, wie man da rauskommt. Aber wir lassen doch mal einen normalen Durchlauf. Starten gerade wieder. Na komm. Ich bin doch da. So. Wir kommen zurück. Ja, ja, morgen geht es dann übrigens weiter. Mal gucken, was war denn so. Socke. Und Leichtbier. So. Ich bin doch mal für den netten Meister da. Mr. Adeklissen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. Okay, dann suchen wir einen Freund da einladen. Wir sind einladen. Okay, jetzt suche ich mal das Spiel an. Na, finden wir heute noch welche? Suche, 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 Suche. Crossplay aktiviert. Also wie gesagt, durch dieses ganze Spiel noch komplett durch... Steiger, das habe ich noch nicht begriffen, dafür habe ich zu wenig gespielt. Ich weiß nicht, wie es aus dem Weg ist. Ich weiß nicht, wie es aus dem Weg ist. Ich weiß nicht, wie es aus dem Weg ist. Ich weiß nicht, wie es aus dem Weg ist. Ah, es geht weiter. Aber das ist trotzdem immer noch erste Runde. Wird sicher nicht leicht, aber ich passe auf dich auf. Ich weiß nicht, wie es aus dem Weg ist. Okay. Okay. Rache. So. DJ. Ich musste die erstmal stumm schalten. So. 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 Zeit 7 10 10 15 15 15 15 16 Scheiße! Sind alle platt! Das war's Leute! Das war schmerzlos und schnell! Siebenfünfzig Sekunden tot, Leute! Ihr wart echt gut da draußen, aber es gibt noch viel zu tun. Danke fürs Nächsten, Kumpelbörse. Ja, das haben wir ab und zu mal leider ein bisschen immer wieder. Aber einer ist ja schön, wenn immer einer aufpasst. Dafür haben wir dich ja befördert. Schocker? Äh, John Kicks! Danke! Vielen Dank für das Spaß! Mach ich mal ein bisschen! Ich kann jetzt Zombie spielen? Das geht auch! Das hat er doch nicht probiert! Das ist ja das! Das ist echt ein bisschen doof! Ich muss jetzt hier einen auf Zombie machen! Hallo, Kicks! Look! Ich weiß aber nicht! Wir sehen den Team der Fahrer! Abgewicktes Rutschflinte! Das ist genau wie das passt jetzt! Das habe ich noch nicht gecheckt, wie das funktioniert soll. Ah, du musst versteckt sein, um rauszukommen. Okay, also man muss sich da hinten in der Ecke verstecken und dann kannst du spawnen. Niederlage. Taki, Taki, Taki. Zweiter Runde. Taki, 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 Taki. Taki, 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 Taki. Taki, 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 Taki. Taki, 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 Taki. Taki, 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 Taki. Taki, 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 Taki. Taki, 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 Taki. Taki, Taki, Takiaki, Taki, 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 Taki. Wir haben Kali, haben wir? Come on, please! Kann ich's machen? Ne, also das Leute, das ist bei aller... Das verlassen wir mal. Ja. Ich bin nicht so für Zombies. Ich bin lieber derjenige, der die Finger am Abzug hat. So, letzte Runde. Keks, ich ruf dich morgen mal an. Eilen kann ich an jemanden? Dex haben wir hier. Sieht so aus, als hätten wir noch einen Truck verloren. Ist das denn? Eilen suchen mal. So. Ja. Dauert immer ein bisschen, ein paar Spieler füllen. Herr Keks, wann bist du denn einsprechbar am Morgen? Ach, such dir noch Spieler, komm, bitte, zack, mach hin. Was ist das denn? Was ist das denn? Aha, es geht voran. So, wir kommen jetzt auch zur letzten Runde. Ich muss dann morgen wieder arbeiten. Wir kommen jetzt mal wieder rein. Hm. Ach, Tunnel ist gut. Jetzt hat mir irgendjemand anderes. Aber gut. Hm. Oh, mein Kind. Oh, mein Kind. Bist du verletzt? Wir helfen dir. Ich hab euch nicht eingeladen. Am besten geht ihr. Die Tür ist doch eindeutig. Oder ihr kauft was. Nehmt schon was ihr braucht und haut ab. Ja, mein Kind. Ja, mein Kind. Ja, mein Kind. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, nein. Ja, mein Kind. Ich bin bereit. Ey, bei mir ist dasi als zule德. Acht dir. lenses undUnis. Ich kann es nicht sehen! Ich habe es doch jetzt, ich habe es doch. Ich habe es doch jetzt. Ich habe es doch jetzt. Nein, da ist das einzige Metze hier. ganz hoch danke man ich glaube mit vier sollte ich mich mal ja das sieht ja schon besser auf man hat sich geil so weiter geht's irgendwas stimmt ich weiß nicht ich lege mir die an ich lege mir die an ich lege die an Ach, Gottfried, pass auf! Ach, vielen Dank. Mensch! Was? Was haben wir denn hier? Du musst mich veransten. Oh, das Zeug ist überall! Neu. Hier verwandt das Zeug. Demone! Oh, mein Gott, das geht hier mit. Schlinge! Wer will das? Oh, oh! Oh! Der hat jetzt hier stehen. Danke, Jim. Knallfrosche hier! Wir brauchen stärkere Geschütze, Freunde! Viel stärkere! Und wir können noch alles bereit gehen. Und wir analysieren, wenn wir wieder in Fort Hoog sind. Ja, eigentlich ist er besser früher als später sein soll. Der General lag richtig nach dem Ziel. Zu viele Zivilisten haben Angst, sich zu bewaffen. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Wenn man ja knallt. So, weiter geht's. Schön, Steiner. Stopp! Da drüben! Jim, du musst dich darum kümmern. Da sind wir ja rein. Sorry, praktisch war läuft das gerade. Na los! Na los! Sie sollten helfen! Kugeln hier! Will das jemand? Mooney! Ich dachte, ich hätte was gesehen! Haltet durch! Ich helfe dir! Ich dachte, ich hätte was gesehen! Ich helfe dir! Danke! Das ist der Gefängte gar nicht! Bis wohl nicht! Oh ja! Oh ja! Ich hab es dann gar nicht! Oh nein! Roshi! Ich hab mit dir! Das war ja vier! Hohooo! Danke! Das ist mein Herz! Hier drüben! Jim, hier! Danke! Danke, jim. Oh, schon wieder so ein Fettsack. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder? Wie gesagt. So Leute, das war's dann auch für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht beim Zuschauen. Ducky muss ins Bett, wir müssen morgen wieder früh raus. Morgen gleiche Zeit, gleicher Ort und vielleicht auch schon ein bisschen, früher am Nachmittag wollte ich mit den Jungs ein bisschen, naja, Monopoly spielen. Vielleicht hat ja Kumpelblase morgen Bock gegen uns anzutreten, Herr Kumpelblase, im Monopoly. Business Tour, gibt's umsonst. Oder Herr Keks, kann das auch gerne machen, wenn er lustig ist. Könnt ihr euch ja noch überlegen. Ja, John Keks, ich beruf dich morgen an. Schauen wir mal und ich wünsche allen erstmal noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Ist auch eine Art Unterstützung, wenn man da ist und das folgende Ding schreien. Fürs Folgen und was gibt's denn noch? Kickfliegen, Kaffeepause. So, und in diesem Sinne sage ich für heute Abend tschüss, bye bye. Ich hoffe, der Stream ist heute flüssig gelaufen, dann können wir von der nächste Zeit wieder ein bisschen mehr machen. Aber letzte Zeit war es ja nun echt scheiße. Ich sage an dieser schöne Tschüss und bye bye. Macht's gut. Bis die Tage, keine Frage. Wenn, dann morgen wieder spätestens 20 Uhr. Ciao, ciao. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.